Grüßt euch miteinander in meiner Bubokist. Ich bin der Augsburger Kasperl und wir, wir sind hier in der Bubokist eine riesengroße Familie von Stuckerer 5000 Holzköpfe. Naja, ich muss zugeben, ein paar Bubospieler sind natürlich auch dabei, aber wir Marionetten haben hier beispielhaft integriert. Ja, aber wenn wir es eigentlich gar nicht brauchen, tun wir Marionetten immer so, als wären die Bubospieler kolossal wichtig für uns. Ja, so soll es doch sein in einer funktionierenden Familie. Jeder gehört dazu. Wurscht, ob klein oder groß, ob aus Lindenholz oder aus nicht so haltbarem Material. Wichtig ist, dass wir zusammen hält und füreinander da ist. So, und jetzt wünsche ich dem neuer Familienzentrum Peter und Paul alles Gute, den Kindern viel Spaß und Freude und ein allzeit fröhliches Familienleben. Pfiat euch, Servus!